ja hallo meine lieben da bin ich wieder mit einem neuen video ich will heute auch gar nicht mal so viel erzählen guckt euch einfach die bilder an lasst sie auf euch wirken ich lasse jetzt mal so durchlaufen wir befinden uns heute einmal in der nähe von glastonbury dann in wales dann in amerika und zum schluss in mexiko meine fragen werden da jetzt insbesondere in wales warum sind da so komische flecken auf den bergen oder diese komischen striche und natürlich das in amerika das sieht ja in der hauptsache aus wie so ein wirklich alles so ein quadratischer grid und dann hat man da diese merkwürdigen bewirtschaftungsformen dieser einzelnen quadrate wo man immer wieder so kreise linien und was weiß ich nicht sieht also das ist schon bemerkenswert okay falls ihr antworten habt immer gerne her damit und jetzt viel spaß bei den bildern abonni 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020